Ein weiter Versuch. Weiter Versuch. Ich muss es weiter versuchen. Ich will irgendwie weiterkommen. Aber wir schauen uns mal diese ganzen Zwischensequenzen nicht mehr an. Die überspringen wir einfach. Denn die habt ihr bestimmt schon auch zu genügend gesehen. Ich denke ja, manche kennen den Gegner vielleicht bereits. Und haben den schon lange besiegt? Und die anderen würden gern wissen, wie dieser zu besiegen ist. Ich versuch's einfach weiter. Ich versuch's einfach weiter. Da hab ich ihn erwischt. Schnell weg, schnell weg. Da rennt ein Schwert. Und der auch. Eins, zwei, drei. Drei schwere Angriffe. Bisschen Schaden. Weg, 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 weg. Das war knapp, das war sehr knapp. Geh mal wieder ein bisschen weg vom Rand. Geh mal wieder ein bisschen weg vom Rand. Ja, dann lässt wohl die Konzentration etwas nach. Ja, dann lässt wohl die Konzentration etwas nach. Was? Ich bin anscheinend im Rand. Es war kurz sehr kalt. Ja, ich war am Rand. Habt ihr gesehen? Es war eisig kalt. So, wieder ein Schlag erwischt. Machen wir es wieder so, ne? Er rennt nämlich immer. Also er kommt aus der Richtung, in die man rennt. Ist nur ungünstig, ob das Versteiner nicht funktioniert. Den ersten haben wir wieder. Jetzt geht es darum, den zweiten kalt zu machen. So. Da habe ich ihn zumindest schon mal getroffen. Wo ist er denn? Dort ist er. Ah. Er hat so viel Leben. Oh, nicht so wenig. Erstmal ein Quaddellkäppchen. Hatte gerade Hunger. Musste also sein. Er kommt wieder mit seinem Schwert. Das war nichts. Schnell weg. Schnell weg. Ich habe gesagt, schnell weg. Und wieder weg. Zumindest erwischt. Ich vermute, jetzt kommt wieder sein Weg. ein Eis. Da gehen wir weg. Einfach weg. Zur Seite. Schauen wir uns das Schauspiel an. Wie das Eis aus dem Boden kommt. Immer näher. Wo die Dötter genügend Abstand haben. Und da werden wir einfach weiter versuchen, auf Distanz zu bleiben. Es ist möglicherweise, wenn ich sogar die bessere Taktik laußer mal kurz hinzugehen, um in der österreichischen Reserve zu locken. Erstmal wieder Abstand gewinnen. Erstmal wieder Abstand gewinnen, ne? Abstand gewinnen. Erstmal ausnehmen, was soll ich denn? Das war nichts. Aber hier mal wieder. Ein Treffer wieder platziert. Ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll. Also mal kurz. So. Er kommt wieder, ne? Nicht erwischt. Schade. Aber den hab ich erwischt. Den haben auch erwischt. Jetzt gehen wir erst mal wieder ein Stück weg. Essen etwas. Und dann sehen wir, was passiert. Denn er dringt uns so ein bisschen in die Ecke. Das passt mir gar nicht. Ach. Den gibt's noch nicht ausgeführt. Bin ich dran vorbeigesprungen? Ursache. Hier ist zumindest die Seite. Das hat doch mal gut funktioniert. Das hat doch mal gut funktioniert. Jetzt bleiben wir auf Abstand. Eis. 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 Das ist Eis. Einfach nur Eis. Eiskaltes Eis. Und er kommt wieder. Was soll er sonst machen, ne? Ist ja so eine kleine Kammer. Er hat mich jetzt als Spielgefährten bekommen. Und er freut sich darüber. Nur treffen muss ich den. Das würde mir, glaube ich, weiterhelfen. Entweder. Und, wenn wir in die Koffer kommen, s immer wiederhelfen. Na? Mhm. Müsstlück gehabt. Ja, aber er hat sich völlig daneben geschlagen. So, guck mal lang. Wir drehen schon mal so die Ecke. Und das bei einem Kreis. Da war mein Schwert zu kurz. Etwas. Da war es wieder kalt. Und geh weg. So, komm, geh weg. Ich hab ihn mal getroffen. Mal wieder. Ich hab schon einige Versuche weg. Ich zeig's Ihnen nicht alle, denn es würde wahrscheinlich viel Zeit sprengen. Verdammt viel. Und es muss ja nicht sein. Es würde hier reichen, wenn ihr seht, dass es doch auch klappen kann. Oh, 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 oh. Weck, eck, eck. Das war wieder sehr knapp. Das war wieder verdammt knapp. Ich glaub, er werden wir wieder angreifen. Jetzt macht er wieder so rum. Ah, nicht geklappt. Weg. Gleich wieder weg. Ja, ich müsste halt nur treffen, ne? Genau so. Ich müsste nur treffen. Das würde das ganze Spiel wahrscheinlich einfach machen. Also, ich muss sagen, der hartere Swarm einiges einformt. Da hatte ich da eigentlich schon ein ganzes Problem. Aber da hab ich nicht so viele Versuche gebraucht. Wie gesagt, hab ich am ersten Versuch geschafft. Hier? Hm. Zwei Versuche habt ihr gesehen. Und die anderen habt ihr euch nicht gezeigt. Noch ein Stück weg. Wieder mal einen Treffer geschafft. Und jetzt kommt Eis. Eis heißt, ich geh ein Stück weg und renne dann wieder selber ins Eis. Jetzt können wir dann gerade ein Käppchen nehmen, die Zeit ist. knapp über die Hälfte ist geschafft. Ich versuche nicht ganz zu hohes Risiko einzugehen. Deswegen dauert das also ein bisschen. Aber dadurch verfehle ich den halt auch öfters mal. Wie hier. Und das wären aber sehr wichtige Treffen. Ich könnte da zwar mit Fokus arbeiten. Das war auch wieder sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp. Ich gehe mal wieder zu einem Rand. So ein bisschen mitkommt. Aber ich finde das ein Mist, wenn der so durch die Mitte läuft. Das macht meinen... Ausweichweg ungünstig. Er war wieder ein Treffer. Er war wieder ein Treffer. Und da habe ich die Möglichkeit, mal anzugreifen. Wenn er so ausholt, kurz Eis. Also immer wenn er so eine extreme Ausholbewegung macht, kommen die Eissapfen. Also da dringend weg. Ganz schnell. Da kommt immer nur einer. Da kann man schön mit Versteinung arbeiten. Um mir irgendwie Schaden zuzufügen. Vielleicht wäre hier dieses Langschwert auch sinnvoller gewesen. Das weiß ich nicht. Könnte durchaus sein. So ein Bumbo ist da besser. Eins. Zwei. Jetzt hätte ich auch die Chance gehabt, anzugreifen. Ihr habt die Chance nicht genutzt. Aber vielleicht ist zu hohes Risiko auch nicht gut. Es lief hier bisher eigentlich halbwegs gut. Denk ich. Nur meine Trefferquote ist nicht die beste. Genau. Jetzt holt er wieder aus. Das heißt weg. Weg, denn es kommt Eis. Ich werde aber direkt mal wieder hier an den Rand gehen. So in die Richtung. So vielleicht auch gleich wieder ein bisschen in die Richtung gelenkt wird. Gut. Lass ihn wieder schön im Kreis laufen. Das habe ich noch gerade verloren. Da ist er. da war er kurz weg. Das ist üblich. im Kreis bewegen. Da muss man ganz schnell reagieren mit der Situation. Jetzt erstmal wieder auf Sicherheit und weg. Eins, zwei, drei Treffer. Am Ende geht es ja nicht darum wie schnell es geht sondern dass man selbst überlebt. Das ist das Ziel. Er holt wieder aus. Das Eis ist im Anmarsch, für immer diese eiskalten Eissapfen. Jetzt sind sie. Immer wieder zur Seite. Ah, nicht erwischt. Erstmal wieder ein Stück weg. Seine Schläge sind halt so kräftig, dass sie gleich das halbe Leben abziehen. Das ist mir doch zu riskant, da jetzt ein erhöhtes Risiko einzugehen, weil der jetzt weniger Leben hat. Ich versuche da eher mal, das so weiterzumachen. Irgendwie, aber er macht wieder Eis, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe? Ja. Das habe ich im Augenwinkel richtig gesehen. Kurz gesagt, kaum Schaden habe ich verursacht und er macht schon wieder Eis. Er versucht sich ständig durch das Eis zu schützen, aber das nimmt mir auch extrem viel Leben. Wenn mich das Eis trifft. Wenn mich das Eis trifft. So kann man auch treffen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kommt wieder der. Der. Ein Treffer. Ja. Ein Treffer. Gut. Ja. Nicht erwischt. Hier bin ich eigentlich. Hier bin ich. Manchmal kann ich es so einfach, wenn ich nur zu nah am Rand bin. Dann wird das ja wieder so eiskalt. Eins. Zwei. Komm, ein Treffer. Ja. Ein erwischt. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ein Stück weg. Da macht er halt immer nur einen. Hier macht er jetzt einen. Und da kommt noch einer. Und da habe ich dann die Möglichkeit mal einen Schlag zu setzen. Gut, das war jetzt eine Luft nochmal für beide. Ich bin gerade sehr nah am Rand. Hat zwar einfach Schaden zugefügt. Fand ich jetzt nicht so schön. Aber... So ist das, wenn man zu nah am Rand ist. Eins. Na, schau da. Hätte ja klappen können. Oh, kommt aber schnell wieder. Genau so. Ne? Ich hab mal einen leichten Angriff versucht. Da weicht er aus. Und komm mit seinem langen Schwert an. So wie jetzt. Eins. Zwei. Weg, 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 weg. Macht wieder Eis. Das heißt für mich. Pilzpause. Sieht fast aus wie so ein Fliegenpilz. Aber nütz. Was soll's, ne? Er kommt durch das Eis durch. Schweinerei. Verfehlt. Viel Leben hat er nicht mehr. Viel Leben hat er nicht mehr. Jetzt war er mir verdammt nah. Da. Das lief auch nicht. Wo ist er denn? Dort ist er. Treffer. Komm, 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 jetzt hier. Eis. Er ruft wieder sein Eis. Ich muss genau achten, nicht dass er plötzlich durch das Eis angerannt kommt. Genau so. Erwischt. Er liegt da. Den gucken wir uns mal kurz an. Tod, so. Ein Blick der Belanglosigkeit. So belanglos fand ich das jetzt nicht. Und. Okay. Normalerweise wird's dann auch immer dunkel. Jetzt wird's hell. Was passiert nun? Ach, das Ding ist von da oben jetzt hier runter gekommen. Na gut. Schauen wir uns erstmal nochmal an, was wir jetzt hier bekommen haben. Das war. Ein Blick der Belanglosigkeit. Gegenstand benutzen. Fünfzehn Einblick. Das ist ordentlich. Fünfzehn Einblick. Also, dieser Märtyrer, den hab ich jetzt erledigt nach keine Ahnung wie viel Versuchen. Und dann das nächste Mal schauen wir uns mal dieses zappelnde Wesen an. Also seid gespannt. Und mögen die Hörner stets nach oben ragen.